Haben Sie sich jemals gefragt, was unser Unternehmen in 150 Jahren zu dem gemacht hat, was es heute ist? Ist es die einzigartige Gründungsgeschichte, die durch das verheerende Feuer von Glarus ihren Anfang fand und dank dem Mitgründer Rudolf Paravicini-Fischer zur Entstehung der Basler Versicherungsgesellschaft gegen Feuerschaden geführt hat? Sind es die Mitarbeitenden, die mit ihrem motivierten Einsatz und ihren Fähigkeiten das Unternehmen zum Erfolg führen, Risiken für Kunden gezielt reduzieren und so ihre Sicherheit erhöhen? Sind es die unzähligen Schadenfälle, deren Konsequenzen dank unseren Dienstleistungen für die Kunden erträglicher werden oder heute aufgrund unserer intelligenten Prävention gar nicht erst geschehen? Sind es unsere innovativen Versicherungsprodukte, die auf die Vielfalt an Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden eingehen und so unser Prinzip der Sicherheit im Alltag erfahrbar machen? Sind es die Symbole, welche die Marke und ihre Werte repräsentieren und seit anderthalb Jahrhunderten bei unseren Kunden ein Gefühl der Vertrautheit und Sicherheit vermitteln? Ist es die Erschließung von nahen und fernen Märkten mit unserer Vision von Sicherheit, die neue Wachstumschancen ermöglicht? Oder ist es die Strategie, die Ziele vorgibt, einen Kurs bestimmt und uns antreibt, das Prinzip der Sicherheit in all unseren Tätigkeiten zu verfolgen? Es ist die Gesamtheit all dieser Aspekte. Es ist unser aller Schaffen, das stets geprägt ist von den Werten, schweizerisch, innovativ und partnerschaftlich. Es sind die Geschehnisse von damals, heute und morgen. Die Summe unzähliger Geschichten der letzten anderthalb Jahrhunderte, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Und auch wenn Zeiten sich ändern, unser Versprechen bleibt stets das Gleiche. Wir machen Sie sicherer seit 150 Jahren. Wir machen Sie sicherer seit 150 Jahren.